Oh mein Gott, wir machen heute ein 1.000 Euro Startup Opening! Wer schiebt den besseren Paula? Jawoll! Wow! 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 Oh, legendär! Let's go! Ey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute habe ich zwei special Gäste dabei, und zwar einmal den... Anton! Moin! Was geht, Leute? Check hier nochmal Anton ab. Und noch dabei habe ich den... Mama! Leontine, Leute, auch gerne Leontine abchecken hier ab. Sehr nice, der hat auch neuen Merch am Starten wieder gerade. Könnt ihr euch gerne gönnen, leontine.shop, erster Link unter Videobeschreibung. Ihr seht sich gerade mal alles eingeblendet. Ihr könnt euch gerne den Merch. Leute, ihr habt es gerade schon gehört. Wir machen heute ein 1.000 Euro Startup Opening. So, zeig mal gerne deine Waller, die du hast. Okay, du hast drei Stück hast du, ne? Schau mal, ich habe hier... Ey, Marvel Lieblings, den habe ich doch für dich gepusht. Ja, das ist Ehre von dir, Anton. 1.30er. Ja, du kannst mal so... Leontine, du kannst mal so ein bisschen den Trophäen-Part abholen. Also Leute, ich habe hier Shelly, Denise, der Boxer und diesen... Ja, sehr nice. Die sind einen Tick machen. Wie viele Waller hast du? Äh, ich habe vier. Okay, du hast vier. Ich habe auch vier Trophäen-Part ab. Lass mal den Trophäen-Part abholen. Ein Pass habe ich schon abgeholt. Lass mal den Trophäen-Part abholen, bevor es jetzt richtig los geht. Hallo. Als erstes kommen wir mit dem Wall-Pass ab, okay? Okay. Okay, let's go, Leute. Erster Startup. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast recht mythisch. Oh mein Gott, du hast recht müde. Oh mein Gott, du hast recht müde. Let's go. Und... Jetzt ich. Oh mein Gott. Gönn. Oh. Was? Er hat recht gut getroffen. Oh mein Gott. Leute, du hast Chester. Hey, du hast Chester. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist richtig krass. Oh mein Gott. Alter, Anton, du hast ja richtig rasiert. Digga, ich habe alles gekannt. Direkt zum Start, ey. Direkt ein Legendary gezogen. Digga. Ey, Leute, ihr macht übrigens die Tabelle. Seht ihr gerade eingeblendet. So, jetzt lass mal Star Drops öffnen. Oh, episch. Warte, bleib dir schon abgeholt. Ey, wir öffnen gerade noch den Pass gerade. Fast. Alter, Digga. Digga, ich die einsteig. Das war richtig krass. Ein Legendary. So, Jungs, dann würde ich sagen, lass uns jetzt mit den 100 Star Drops anfangen. Drei, zwei, eins. Let's go. Oh mein Gott. Episch schon. Okay, machen wir nicht zu schnell. Okay, Leute. Star Drop Opening beginnt. Richtig. Wir öffnen jetzt über 300 Star Drops. Oh mein Gott. Episch. So, let's go. Super selten. Oh, super selten. Oh Mann, ey. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du? Ey, bis jetzt, Leute. Skala sind die jetzt gerade mal eingeblendet. Selten. Selten. Ey, bis jetzt nur selten habe ich. Wie sieht es bei euch aus? Ich glaube, ich kann nicht. Ey, ich zähne erstmal jetzt nichts, weil ich habe gerade einen Brawler gezogen. Digga, du hast einfach Chester gezogen. Ich dachte erst mal, es wäre Crow. Ey, die Animation sieht einfach so reich aus. Ja, schon selten. Mark, ich zähne selten. Ja, okay. Eppisch. So, let's go. Oh, du hast Eppisch. Warte mal, lass mal warten. Oh! Jacky. Jacky, Digga. Du hast Jacky gezogen. Oh, hat das jetzt auf zwei Punkte gesetzt. Skinnen. Skinnen. War das? Ja gut, aber jetzt bringst du mir... Eppisch. 500 Mark oder selten. Okay. Ey, ich habe noch gar nichts gezogen. Komm, bei Eppisch warten wir immer auf die andere. Ja, okay. Okay. Ticke ich zähne. Ey, bis jetzt, ich habe gar kein Glück, sage ich schalte. Seht es bei euch aus? Eppisch. Warte noch, Leotin. Ja. Eppisch. Okay, warte. 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 Eppisch, Leotin. Warte. Eppisch, Leotin. Seht es einfach ein legendärer Roller. Ey, direkt Junge. Seht es. Ich habe euch schon vor dem Opening gesagt, ich ziehe ein legendär. Ja, das stimmt, war der wirklich. Leute, schreibt doch mal gerne rein, wer gewinnt. Ey, ich habe gar keinen Lack, glaube ich. Superselten. Ich sage dir erst, ich ziehe das Handy. Das wäre cool. Oh, jetzt. Oh, sorry, ich habe geöffnet. Mach die auch. Und? Na, schade. Und? Eppisch. Bei mir leht das. Ja, warte. Leotin. Oh. Eppisch. Oh, mythisch. Okay, let's go. Drei, zwei, eins. Gönn. Und? Oh, 500. Nein. Nicht gezogen. Ich habe schon roten Pullover. Das heißt, ich muss heute was rotes. Mythisch. Okay, warte. Warte auf uns. Mythisch. Oh mein Gott, ich habe so viel Lack heute. Ja. Leotin, du hast eine hektischen da. Oh. Janita. Let's go. Läuft bei dir. So. Oh, noch Barley. Okay. Den Barkeeper. Stopp. Oh, Mythisch. Noch einmal. Okay, warte. Jetzt muss ich ganz schnell mitmachen, Jungs. Komm, wir brauchen alle Mythisch. Ey, ich habe nur Müll gezogen bis jetzt. Ey, Anton, deine Startups sind gleich vorbei. Ich weiß. Okay, einmal mag ich noch. Oh, legendär. Let's go. Okay, Jungs. Okay, Leute. Schreibt jetzt in die Kommentare, was denkt ihr, was der wir jetzt zieht. Ich würde sagen, wir öffnen in 3, 2, 1, go. Ja. Frockskin, Digga. Sehr nice. Let's go, Digga, 2. Warte. Okay, jetzt, ich würde sagen ... Ich habe mir Eiffisch. Oh, 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 ooh, oh, 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 legendär. Ey, komm, ich warte auf euch, Jungs, ich warte auf euch. Mach das mal. Ja, ich auch episch. Mach erst mal langsam. Soll ich Mythisch probieren? Ja, warte mal, komm. Oder bleib du erst mal so, oder mach auch mal, versuch mal. Mach mal, versuch mal. Alter, ich habe Leben hier. Jetzt ziehe ich was krasses. Jetzt wird es knallen, Leute. Jungs, die sind jetzt gerade noch am gucken, was hast du? Mythisch. So. Ebisch. Beim ersten Tick. Ich bleib bei Episch. Ich bleib bei Episch. Nicht zu drücken da. So. Selten. Selten. Leotin hat irgendwie dieses... Bütisch. Okay, let's go. Ich verwand dann Leotin und dann du. Ja, okay. Du hast nichts gezogen. Warte, jetzt Leotin. Und... Oh! Let's go Digga. 3, 2, 1 und... Gön! Nein! Was bringt Startpower unter Hyper? Boah, weiß ich gar nicht was du... Gar nicht, gar nicht. Ich glaub gar nicht, nur Brawler und Skins. So, wie sieht... Legs hängt bei Digga ein bisschen. Hier selten. So. Gön! Ich hab Rock, ich hab Rock. Man, ich hatte bisher noch keinen Legen wie ein Star Drop. Ey, ich hatte schon, wieviel hatte ich jetzt schon? Zwei. Zwei oder drei? Legen die aus der Gacken gehabt, ne? Nein. Gön! Episch! Ey, das ist so geil mit den Star Drops einfach. Ja, das ist echt krass. Oh, Mann! Ja, hä? Selten. Gön! Ey, aktuell hab ich echt ne Durststrecke. Also, warte mal kurz. Wie sieht's eigentlich aktuell aus? Wer führt eigentlich? Ich glaub ich. Du führst? Dann ich oder dann Leontine? Leontine. Leontine hat doch schon einen Brawler, wie nicht. Ach stimmt, weil ich hab zwei Skins gezogen. Vier. Und Leontine hat Bi gezogen, die bringt. Achso, ja gut, dann führt aktuell, aber... Oh, alle bei Episch bleiben. Okay, wir warten. Erstmal. Ja, Leontine, jetzt zieht gar nichts mehr irgendwie. Oh Episch! Okay, warte, komm, warte. Du fängst an, wir gehen einfach runter. Ja, okay. Gönn! Ey, Primo! Ich bin... Nichts, du bist... Und? Okay, let's go. Komm mal. Ich glaub ich krieg keinen Lack mehr. Ich auch nicht. Supercell gönn! Nein, ich glaub ich krieg Lack, weil ich hatte ja noch gar nichts. Oh, mythisch! Oh! Okay, Anton, du wartest, ne? Mann, aktuell gönnt er gar nicht hier. Hey, warum krieg ich denn gar nichts? Gönn! Episch! Okay, wir müssen weiter warten. Okay, wartet auch nicht, Jungs. Superselten? Selten. Komm! Digga, ich hab irgendwie... Oh, ich hab gar nichts mehr. So, Lack. Okay, einmal was über. Wenn es da nicht geht, dann machen wir einfach eine Reihenfolge. Komm jetzt. Oh! Oh, lol, lol! Du fängst an, dann gehen wir so. Nein, du musst noch einmal tippen. Oh, okay, Leontine. Und? Nichts. Ich bin 3, 2, 1. Gönn! Gönn, Gönn, Marcel! Abborn! Let's go, Digga! Ticket zogen! Let's go! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey! Aber Anton, Digga, du hast so legendär, du hast so gecarried, Digga! So, episch? Mann, deine... Ich sag dir ehrlich, das war gar nicht so gut, als ich den Legendärer gezogen habe. Wieso? Das war viel besser, wenn ich es später noch hätte. Ja, das stimmt. Weil dann hätte ich vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr lachen. Selten. Ja, du hast ja vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr lachen. Ausverdem, das war noch ein... Gönn! Ah, du bist. Episch, hab ich einfach... Boah, Anton, du hast echt mit der Legendärer das echt zerstört. Und... Nein! Kann ich warten, oder? Ja, warte. Okay, wartet auf mich. Komm, Gönn, jetzt! Okay, episch. Dann kommt man zu dritt auf einmal. Drei, zwei, eins, Gönn! Und... Nichts! Mist! Warum jetzt? Aber Gönn! Nein! Episch! Super selten! Und... Super selten! Digga, ich zieh nichts! Okay, let's go, Jungs! Digga, ich zieh gar nichts mehr! Episch! Digga, du hast Glück gleich! Ja, episch! Komm, Gönn jetzt! Aber der zählt nicht, wenn du den Freitag bist! Oh, mythisch! Let's go! Jungs, ich warte auf euch! Ey, ist so geil! Mann, ich hab ja gar nichts! Ey, du hast wirklich noch gar keinen richtigen Lacken gehabt! Leotin hat noch einmal den B gezogen! Ja... Oh, 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 warte! Warte, oha! Jetzt warten wir auf dich! Jetzt warten wir auf Anton! Mann! Gönn! Gönn! Mann! Mappen! Ja, was soll ich machen? Komm, wir haben noch drei Stück, wenn es da nicht geht, dann Pech! 2, 1, 2... Okay, bleib einfach da! Okay, du fängst an! Jetzt warten wir! Jetzt kommen wir mal zusammen! 1, 2, 3 und? Ja! Let's go, Digga! Digga, let's go! Let's go! Ey, ich glaub jetzt, ich hab Leutin überholt! Ja, ja! Mann! Mann! Du hast ja einen epischen, und er auch! Und sowas kriegt! Das stimmt! Ich muss gewinnen, ich will gewinnen! Komm! Egal! Oh! Die Pusterin! Let's go! Oh, ich weiß gar nicht, wer aktuell! Oh, und episch gönn! Bitte gönn! Bitte gönn! Bitte gönn! Wer führt deine Lacken? Gönn bitte! Anton! Episch! Mit Letchen Derby! Ich wohne mythisch oder so, dann hab ich ihn eingeholt! Komm! Oh mein Gott! Mythisch! Oh, warte auf uns! ich auch kommen auf 3123 ok ich hoffe schon ja ich glaube so viel haben wir nicht mehr ob ich warte ich kann ja das erste letzte der wird er nichts rücken und wartet auf mich jungs und wir kommen okay jetzt du machen jetzt und jetzt bist du da zwei ich glaube ich gleich auf mit mir ist sie gerade ich weiß nicht ich habe zehn punkte nur so leute wir sind jetzt noch auf meinem haupt account und da ist jetzt gerade neue baller erschienen aber erst mal richtig let's go gönnen das hätte ich jetzt hier leute schaut was gerade reingekommen ist oh mein gott ist der neu ja oh mein gott gerade reingekommen auf mein haupt account habe ich die auch noch ist ja nicht was hält ist das neue baller oder was tatsächlich der scheint wir können jetzt kaufen leute 23 990 soll ich habe das angebot jetzt kaufen 23 euro guck mal ist einfach ein richtig fetter geiler mythischer border jetzt geschwunden ob es jetzt klappt bitte gern oh mein gott ihr wisst ja klar let's go let's go wir haben ihn wir den findet oh mein gott ja ich habe jetzt einfach mal ganz kurz angucken wo ich habe 69 hier ist ja junge ich glaube den punkt echt jemand eine runde mit dem rhein so leute spielen die neuen ball auch direkt schreibt mir die kommentare hat mir den schon gekauft ja rein ist ja zu teuer aber einfach das ist krass ne schade dass er jetzt nicht dazu zählt ja das wird das wäre jetzt krass dann hätte ich eh gewonnen so alter lol wo ich wissen auch junge jetzt so will ich leben na 400 schaden hä ich weiß nicht ich weiß nicht lass mal gleich die ulti gucken ich verstehe was denn wenn du wenn du eigentlich hältst dann hast du so dinge über naja um dich dann machst du voll viel schaden 4000 wlan lex maria gibt noch jetzt mal gas ja mache ich ja wirklich du machst gar nicht ich hab so dinge um mich rum mehr so musikteil du musst auf den nani gehen oh lol was lässt du mit dem ulti warte mal hä und marvin du hast die ge... nein ey aber das ey ich muss ja anton chill mal oh mein gott ey leute schreibt mal gerne rein wie ich hab mir das schon geil aber ich hab ein bisschen wenig schaden aber ich glaub das ist auch schwer zu spielen oder ist mein ihr? nee oh der sieht schon fett aus leute schreibt gerne rein wie ihr sie findet ich würde sagen so leute ey das war's mit dem video es war richtig krass also ey danke noch mal an beide für dieses krass aber wie gesagt checkt die beiden ab gönnt euch gerne lehren zu deinem merch Maman danke dass du dabei warst ja danke dass ich dabei war leute ich glaube ich bin letzter geworden ich glaube ich sehe die punkte eh angeblendet ich glaube du hast gewonnen du bist erster geworden er ist zweiter ich bin glaube ich letzter geworden leute ihr seht's eh schreibt mir in die kommentare vielleicht hat erkannt das sich auch verzählt oder wir ich würde sagen das war's und auch ey am ende der brawler der neue so geil leute lasst einen daumen nach oben da für mehr brawler als das und ciao ciao